Böser Nikolaus, hallo! Ja Nikolaus! Ja, der bin ich. Also ich bin mir ganz sicher, dass ihr alle gar nicht brav wart. Doch, na klar waren wir brav. Wir waren die Liebsten. Ja, das könnt ihr eurer Großmutter erzählen. Ähm, entschuldigen Sie, wie sprechen Sie denn mit den Kindern? Ja, ich spreche ganz normal. So, fangen wir an. Können Sie bitte mal zur Seite? Alles klar. Okay, die erste bitte. So, du stellst dich erst mal vor. Hallo, ich bin Lina Lange und bin vier Jahre alt. Aha, du scheinst mir sehr ungezogen zu sein. Hey, das bin ich nicht. Meine Mama sagt immer, dass ich ganz lieb bin. Ja, deine Mutter kann vieles sagen. Äh, entschuldigen Sie? Stopp, hören Sie auf zu reden. Was für ein Nikolaus sind Sie denn da? Soll ich euch jetzt noch Geschenke geben oder nicht? Soll ich gehen? Nein, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Gut, Lina. Hier, dein Geschenk. Danke sehr. Was läufst du einfach davon? Ich möchte, dass du es jetzt auspackst und dich dann richtig bei mir bedankst. So, fang an. Ja, ja. Äh, was ist das denn? Das ist ja widerlich. Wieso schenken Sie sowas? Wie unverschämt kann man sein? Erst habe ich dir was Tolles geschenkt und danach sagst du einfach, wie widerlich ist das denn? Du bist wirklich eine ungezogene Göre. Geh in den Mülleimer, dort wo du hingehörst. Ich gehöre nicht in den Mülleimer. Sagen Sie mal, wie können Sie nur sowas zu den Kindern sagen? Du gehörst in den Mülleimer. Was? Sowas macht man nicht. Und vor allem sind sie der Nikolaus. Sie sollten erst recht nett sein. Bevor es weiter geht, würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und den Kanal abonnierst, damit du kein Video mehr verpasst. Guter Nikolaus. Ho, ho, ho. Hallo alle miteinander. Der Nikolaus ist da. Yay, ich freue mich so. Juhu. Wow, was für brave Kinder kann ich denn hier sehen? Na dann, stellt euch mal alle in einer Reihe auf und dann seid ihr Stück für Stück dran. Haha, ich bin der Erste. Ey, wie gemein. Das ist nicht fair. Pech. Oh, oh, was sehe ich denn hier? Immer brav sein, okay? Ja, klar. Na dann ist ja gut. Fangen wir mit dir an. Wie heißt du und wer alt bist du? Mein Name ist Leon Shapiro. Ich bin schon fünf. Ich bin schon groß. Aha, okay. Jetzt kriegst du dein Geschenk. Aber bitte, niemals mehr angeben. Das ist nämlich etwas unverschämt, okay? Okay. Magst du das denn nicht vor uns auspacken? Okay, klar. Wow, eine Murmel. Mega. Yay, ich habe eine Murmel. Woo. Der Nächste bitte. Der Name? Mein Name ist Nadja. Nachname? Zopf. Nadja Zopf. Und ich bin Fia. Okay. Du kriegst ebenso ein schönes Geschenk. Danke. Oh, wie süß deine Maus. Das ist so süß. Danke, Nikolaus. Danke, danke, danke. Hallo, hallo. Oh, du bist sehr putzig. Wie ist dein Name? Mein Name ist Theo von Rüden. Ah, schöner Name. Und wie alt bist du? Ich bin drei. Wow, schon ein ganz großes Kind. Da du so toll deinen Namen gesagt hast, kriegst du jetzt auch dein Geschenk. Bitte schön. Danke. Wow, ein Kattenspiel. Das ist so toll. Yay. Ah, und du bist auch für heute die Letzte. Wie heißt du? Mein Name ist Lara Körner. Ah, und wie alt bist du? Vier Jahre. Da du so geduldig gewartet hast, kriegst du jetzt auch dein letztes Geschenk. Bitte schön. Danke. Oh, wie knuffig. Wie süß. Danke. Bitte. Ich nenne es Fluffy, weil es so fluffig ist. So, und zum Schluss möchte ich euch gern etwas aus meinem persönlichen Weihnachtstuch vorlesen. Ja. Na dann, hört Geban zu. Böser Nikolaus. Oh nee, ich muss ja noch Geschenke an den Türen verteilen. Hab ja gar keinen Bock. Will mich lieber in mein Bett legen. Tch. Und am Ende schätzen sie meine ganze Arbeit nicht. Und diese Kinder im Kindergarten sind so undankbar. Boah, schlimmer geht's nicht. Perfekt. Haha. Und jetzt verpacke ich. Selbst für mich ist das total ekelhaft. Ekelhaft. Ein roher Fisch. Hundefutter. Oh, ich trau mich das gar nicht anzufassen. Dann verpacke ich das mal schnell. Oh, da gruße ich mich ja selbst. Tadaa. Perfekt. Oh, ich hab vergessen, das Hundefutter zu verpacken. Naja, esse ich das mal selbst. Na dann, geh ich mal von Haus zu Haus und verteile die Geschenke. Oh, ich hab so gar keinen Bock. Boah, aber ich muss es ja tun, da ich ja der Nikolaus spielen muss. Na dann, klinge ich mal. Oh, der Nikolaus, wie schön. Schwester, der Nikolaus ist da. Du musst nicht extra deine ganze Familie herholen. Ich geb einfach diese hässlichen Geschenke und dann das war's. Oh, ähm, meine Schwester möchte aber auch Geschenke bekommen. Ja, das interessiert mich nicht. Tut mir leid. Okay, tschüss. Stopp. Was jetzt? Soll ich jetzt reingehen oder geben sie uns Geschenke? Ja, okay. So, hier. Wieso haben sie das Geschenk gegen mich geworfen? Ha, ha, ha. Das war doch lustig. Tschüss. Sie sind total gemein. Hallo, Nikolaus hier. Oh, ähm, ich dachte, sie verstecken sich. Aber naja, Hauptsache, ich krieg Geschenke. Ja, das ist den Kindern immer wichtig. Hey, Geschenke sind toll. Ja. Wieso geben sie mir das Geschenk nicht in die Hand, sondern werfen es gegen mich? Das war wirklich total gemein. Ich bin gemein. Äh. Tja, komisches Kind. Äh, was ist das denn? Hä? Äh, ich verstehe das nicht. Was hat er mir da geschenkt? Iiiiih. Das ist mein Geschenk. Ha, ha, ha. Fröhlichen Advent euch allen. Yay, der Nikolaus ist da. Und er steht sogar in unserem Haus. Der Wahnsinn. Oh mein Gott. Yay. Wir kriegen Geschenke. Was für ungezogene Kinder. Ja, konnten sie ihre Kinder denn nicht erziehen? Hä? Das verstehe ich nicht. Sie haben sich doch ganz normal gefreut. Wie jedes andere Kind. Sie haben nichts getan, Nikolaus. Die überrumpeln mich hier völlig. Die kriegen heute keine Geschenke. Das war's. Das ist gemein. Yeah. Wir haben uns doch nur gefreut, dass sie da sind. Ein richtiger Nikolaus würde uns jetzt in den Arm nehmen. Ja, genau. Das können sie doch nicht tun. Oh doch, das kann ich. Bitte geben sie uns eine zweite Chance. Wenn ihr weiterholt, dann nicht. Also wirklich, ich ruf hier gleich die Polizei. Kommen sie hier bloß nicht mit Polizei. Ich bin der Nikolaus. Ich hab hier das Sagen. Also sagen sie mal, sie können mich doch nicht einfach wegschubsen. Geht's noch? So, tschüss. Jetzt hat er uns einfach Geschenke hingeschmissen. Ja, anstatt sie uns einfach schön in die Hand zu geben. Lass uns jetzt auspacken. Zuerst ich. Ii, was ist das? Warte, ich will auch mal sehen. Da ist ja gar nichts drin. Ich verstehe das nicht. Er hat uns reingelegt. Ja, mich auch total. Mit ekelhaften Augen. Und bei mir ist nichts drin, Mama. Och Mama, dieser Nikolaus ist echt schlimm. Oh ja. Guter Nikolaus. Okay, alle Geschenke sind vorbereitet. Und jetzt gehe ich von Tür zu Tür die Geschenke austeilen. Ach, wie sich die Kinder wohl freuen werden. Okay, erste Tür. Na, dann klinge ich mal. Der Nikolaus ist da. Yay. Hast du Geschwister? Ja, natürlich habe ich das. Na, dann rufe sie mal. Paul, Max, kommt mal. Der Nikolaus. Yay. Toll, gell? Ich weiß. Okay. Eins für Max. Vielen Dank. Eins für Paul. Und eins für dich, kleiner Mann. Bitteschön. Danke, danke. Oh, Rosa. Und, gefällt es dir? Das mag ich nicht so. Neo, also wirklich. Wie kannst du einfach sagen, dass dir der Block nicht gefällt? Der ist schön. Und den behältst du jetzt. Basta. Eigentlich ist das schön. Tschüss. Und danke nochmal. Danke. Tschüss. Schönen Advent euch. Ich glaube, ich sehe nicht recht. Oh, doch. Du siehst genau richtig. Bist du das, Nikolaus? Yay. Der Nikolaus ist da. Mama, Papa, Nikolaus ist da. Sehr schön, mein Schatz. Bediene ich mir den Geschenken. Mama, ich bin doch nicht so unfreundlich. Freundlich. Sehr höfliches Kind. Danke. Das ist doch etwas wert, oder? Äh, ja. Bitteschön. Genieß es. Dankeschön. Wow, Buntstifte. Mama, Mama. Ich, ich habe Buntstifte. Oh, da hat der Nikolaus seinen Geschmack getroffen. Ja, das hat er wirklich. Und genau in meinen Lieblingsfarben. Danke, Nikolaus. Bitte, bitte. Tschüss. Schönen Advent euch noch. Dankeschön, ebenso. Danke. Wie ich es liebe, hier bei Nacht zu sein. Oh, alle Geschenke sind weg. Das ist doch mal gut. Und jetzt habe ich mir aber zu Hause einen leckeren Kakao vor dem Kamin verdient. Wie schön ist es, frei zu haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.